Hey Leute, weiter geht's mit einer neuen Folge von Rise of the Ronin. Wir sind ja immer noch auf der Suche nach unserer Zwillingsklinge bzw. nach irgendwelchen Informationen, wer hier was genaueres weiß. Und da gehen wir jetzt hier vorne hin. Ich bin jetzt hier auf der Karte in Kanagawa und hier soll es irgendwie Infos geben. Und hier der Yokishi Fukusawa oder die Yokishi Fukusawa, wir wissen es nicht. Soll ich hier befragen bzw. mit dieser Person sprechen? Ein bisschen Loot einsammeln. Ah, es ist ein ER. Okay, gut. Wir müssen vorsichtig sein. Dieser Ort hier ist gefährlicher als ich dachte. Mir wurde berichtet, dass sich der Konsul im Honga-Kuchi-Tempel befindet. Doch soweit ich weiß, ist er jetzt in den Händen von Nationalisten. Von Harris selbst fehlt jede Spur. Wo könnte er sein? Ah, wir spüren ihn auf. Stimmt, den Typen hier habe ich getroffen in einer Nebenmission. Einverstanden. Es wäre eine Tragödie, wenn ihm etwas zustoßen würde. Beeilen wir uns. Hier drüben! Der Honga-Kuchi-Tempel wurde vor etwa 600 Jahren erbaut. Aber als wir den Amerikanern die Tore öffneten, haben sie ihn zu ihrem Konsulat umfunktioniert. Nach den Cholera-Ausbrüchen und den Angriffen derer, die die Fremden aus diesem Land vertreiben. Der Tote stammte offenbar aus dieser Gegend. Würden die Nationalisten denn tatsächlich ihre eigenen Landsleute umbringen? Es ist eine Sache, den Westen zu hassen. Aber das hier ist Ruhe, Gewalt. Wieso verachten diese Verbrecher das Fremde so dermaßen? Also dieser Yukishi... Daraus lässt sich nur schlussfolgern, dass Vernunft und Verständnis in der westlichen Gesellschaft weitaus verbreiteter sind als bei uns. Der hat mit dem Harris irgendwie zusammengearbeitet und hat, ähm, ja, äh, Englisch gelernt. Genau, kann sich jetzt da ganz gut mit denen unterhalten oder verhandeln. Wenn dem Konsul die Flucht aus dem Tempel gelungen ist, dann müsste er... ...irgendwo hier in der Nähe sein. Zweifelsohne wird er von nationalistischen Samurai verfolgt, auch wenn sein Tod ihnen kaum noch etwas nützen würde. Wie auch immer, wir müssen herausfinden, wo er sich versteckt. Ausgezeichnet. Seine Verfolger sind höchstwahrscheinlich ebenso aufgeregt wie er. Sehen wir uns gründlich um. Vielleicht finden wir einen Hinweis darauf, wo der Konsul sein könnte. Meine Güte. Ähm, Mission beginnen. Wie gibt es dich, um Harris zu suchen? Trifft dich da drauf. Okay, ähm... Wen haben wir denn hier als Verbündete? Niemand? Kann ich gar niemanden auswählen? Hallo? Muss ich alleine machen? Okay, gut. 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 Okay, mach ich es alleine. Werde ich schon schaffen. Ähm... Betritt die Station. Besiege würde die Gegner. So, gut. Wo ist denn die? Ach, dann nehme ich jetzt ein Pferd. Ich kann kein Pferd nehmen. Oh, ich muss zu Fuß laufen. Ah, meine Güte. Habe ich das hier schon angemacht? Ja. Gut, dann laufe ich halt zu Fuß. Finde heraus... Oh. Ah, geht ja schon gut los. Äh... Dann gehen wir mal... Hier irgendwo hin. War hier nicht irgendwie was? Hä? Okay, also die Anzeigen hier sind auch manchmal etwas verwirrend. Ich bin doch jetzt gerade da hochgelaufen und dann war wieder nix. Kann ich hier übers Dach? Ich guck mal. Muss ich da drüben rein irgendwie, oder? Die Stadt ist ganz ausgestorben. Die ganzen Leute haben sich schon verdünnisiert hier. Äh... Das sieht vielversprechend aus da drüben. Da gehe ich jetzt mal hin. Nehme mal das noch mit. Ähm... Ich siege die Nationalisten in der Nähe. Wie komme ich denn hier rein? Okay, gehen wir mal da rüber. Äh... Ich hab's nicht kommen sehen. Äh... Wen haben wir denn noch hier so? Kann ich von hier oben vielleicht irgendwie gucken, machen, tun, springen? Oh, da drin ist noch einer. Oh. Ein bisschen Loot einsammeln. Aber vom Harry ist immer noch keine Spur. Äh... Nationalisten in der Nähe. Da ist noch irgendwo einer. Bist du denn der hier drin? Äh... Au. Der hat da eine Kiste bewacht. Das habe ich doch genau gesehen. Tragende Arbeitskleidung. Amferprobtes Odashi. Und tolles Hütchen. Ähm... Okay, also hier war er auch nicht. Dann gehen wir... Ich guck jetzt mal auf die Karte, weil das ist irgendwie überwährend. Hier eins ist am Strand unten. Ich geh jetzt hier mal geradeaus hoch. Das ist irgendwie über die Straße da oben. So, erst mal ein bisschen heilen. Kann nicht schaden. So. Und dann schlächen wir uns hier rein. Leise wie ein Schatten. Jo, gell? Da schaust du. Haha, da staunst du. Ähm... Ach. Ich bin so schlecht. Auch wenn ich die falsche Kampftechnik gerade drin habe. Geht auch so. So. Wir haben einen würdigen Gegner besiegt. Hier ist noch irgendwo einer. Upp. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Ähm... Gut. So, wir haben wieder ein bisschen ein Level abbekommen, aber vom Herr ist immer noch keine Spur. Wo ist denn hier mein Freund und Kupferstecher, der ist... Da, okay. Ähm... Gut. Also hier war nix. Dann... Wahrscheinlich ist es beim Letzten, wo ich gucke, unten am Strand, oder? Ähm... Bin ich jetzt vorbeigelaufen? Ne. Hier rein. Okay. Ist hier überhaupt jemand? Hallo? Jemand zu Hause? Nur Lut ist zu Hause. Ja, es lebt auch nicht mehr. Hier ist ein Banner. Okay, vielleicht bin ich hier richtig. Hier kommt mir das irgendwie... Habe ich so ein Gefühl. Aber wahrscheinlich trügt mich mein Gefühl. Man weiß ja nie. So, sneaky, sneaky mal hier rein. Oder geht's auch... So, ich dachte, hier geht's wieder nach draußen. Hier ist überhaupt keiner da. Wie bist du hier reingekommen? Oh, fremder Schwerdkämpfer. Oh Gott. Oh Gott. Wir müssen ihn erstmal dazu bringen, sein Schwerdschluss. Oh mein Gott. Junge, hell, hell. Oh. Ah, irgendwie komme ich gerade nicht... Irgendwie... Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wer ihr auch seid, ich lasse nicht zu, dass ihr ihm auch nur ein Haar krümmt. Wartet, ihr seid doch Jules Brunet, der französische Offizier, nicht wahr? Ich bin es, Yukichi Fukusawa. Ah, ich erinnere mich. Wir kennen uns aus der edlen Residenz. Was tut ihr hier? Ernest Sato schickt mich, um mit dem Konsul zu reden. Ist er hier anzutreffen? Keine Sorge, Konsul. Das sind Freunde. Ich danke euch. Das täte ich nur ohne die Franzosen. Was zum Hals in der Welt? Wie kannst du noch am Leben sein? Wieso verfolgst du mich, du elender Teufel? Ähm, ja, dich werde ich nicht töten, weil ich will dich ja gar nicht. Was soll ich glauben? Hör mal, ich weiß nicht, wer dich geschickt hat, aber ich kann dir mit Sicherheit das Doppelte zahlen. Ah, du meinst etwa die andere Leibwache, die dich nicht töten konnte. Hm. Ich gebe zu, ich konnte sehen, dass ihr miteinander gesprochen habt. Wie wäre das? Ich mache dir ein Angebot. Du erledigst ein paar Lunken für mich, dann verrate ich dir, was ich über sie weiß. Wir wurden von ihnen angegriffen und mussten aus dem Tempel fliehen. Wir können hier erst weg, wenn sie beseitigt wurden. Es wäre sinnlos, sie alle zu bekämpfen. Ich schlage vor, dass ich mich euch beiden anschließe und wir uns ihren Anführer vorknöpfen. Sobald er beseitigt wurde, wird sein Gefolge das Weite suchen. Dieses Gesindel stellt keine Gefahr dar. Und wenn ich unversehrt bleiben sollte, erzähle ich dir alles, was ich über den Samurai aus dem Konsulat weiß. Einverstanden? Gut. Um nicht aufzufallen, sollten wir nacheinander aufbrechen. Wir treffen uns auf dem Hügel, der über den Tempel ragt, wieder. Nun, ja, also viel haben wir jetzt nicht erfahren. Matthew Perry, der will irgendwie was von uns in der Residenz. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Auf dem Hügel. Oder sollen wir erst mal die Residenz zurückgehen und nochmal gucken, was der Perry von uns will? Wo war denn die? Ach so, da muss ich erst zurück. Gut, oh gut, oh gut. Die Residenz war hier irgendwo, oder? Genau. Da gehen wir jetzt mal zurück und gucken mal, vielleicht kriegen wir ja noch eine Nebenmission. Äh, wo ist denn der? Schön, dich zu sehen. Das Sato, gut, der weiß wahrscheinlich nix. Oder vielleicht hat er doch eine Mission? Nö, gibt nix zu klären. Äh, genau. Wie du meinst. Ich gehe dann mal. So, genau. Geh du oder ich gehe. Ähm. Das ist nur so, wie es ist. Ähm. Sind wir Freunde? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, klar. Oh, ich habe Whisky gekriegt. Okay. Kann ich mich ja da betrinken, oder was? So. Ähm. Wir gehen. Ich kann mal gucken. Ich habe ja jetzt ein paar Waffen bekommen. Vielleicht gibt es da was Besseres mittlerweile. Ich befürchte es nicht. Nee. Das ist schon gut. Rüstung hätte ich irgendwie bessere hier. Kann mal die anziehen. Aber. Naja. Ähm. Wir haben jetzt keine Nebenmissionen gekriegt. Und also gehen wir da irgendwie zum Tempelberg. Wo kommt man denn hier am besten hin? Ich möchte nicht immer in der Nacht hier rumreiten. Das sieht man ja immer nix. So. Ein Pferd holen wir uns. Und wir. Nee, das ist kein Weg da hoch. Oh, da unten ist hier eine. Ein kleiner Auftrag. Hey, du. Du siehst aus, als würdest du was vom Kämpfen verstehen. Willst du dein Können auf die Probe stellen? Jo, das machen wir. Ich sehe aber nix. Ganz einfach. Du musst nur meine Freunde da drüben besiegen. Wie da hinten? Nee. Oh. Ach so, ich muss das annehmen. Äh. Super, super, super. Na los, zeig mir, was du kannst. Okay. So, wie komme ich da hin? Gar nicht. Nein. Na dir werde ich es hier zeigen. Nein. Unglaublich. Allein das zu sehen war die lange Reise wert. Hier, ein Zeichen meines Dankes für diese beeindruckende Vorführung. Ein Steinschlossgewehr kriegen wir da. Blumenzwiebel. Toll. Okay. Das war jetzt wirklich nicht der Rede wert. Aber wir reiten wahrscheinlich schon wieder in die falsche Richtung. Ich muss auch hier irgendwie, bei dem Fluss, hier hoch. Genau. So, wir sind hier am Tempel. Und die sind hier jetzt alle. Okay. Okay. Ach so, ich sollte mich mit denen da oben treffen. Okay. Gut. War jetzt... Dann gehe ich jetzt doch mal da hoch, bevor ich hier alleine anfange, die alle niederzumetzeln. Wenn ich ja mit hier meinen Dudes nochmal atschen. Joa, hallo. Das hat uns ja noch nie gestört, irgendwie, wenn welche in der Überzahl waren. Äh, Verbündete auswählen. Aber da kann ich, glaube ich, auch nicht viel auswählen. Die sind ja da. Äh, Jagd auf den Weißwahl. Stuhlstufe 2. Der Perry ist da mit dabei. Hä? Wieso ist der mir jetzt zugeteilt worden? Äh, ist egal. Äh, welchen nehme ich denn mal? Was haben wir denn hier? Es ist, glaube ich, ziemlich egal. Ach, ich brenne? Irgendwie? Oder irgendwas habe ich jetzt hier... Irgendeinen Status-Effekt hatte ich jetzt da drin, aber... Äh, ich habe einen Gegnerischen Anführer hier bis dahin. Habe ich jetzt so gar nicht gesehen in der Dunkelheit. Äh,bilir... Äh. Äh. Äh! 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 Ah! See ya, Nix! See ya, Nix! Oh Gott! Komm ich da irgendwie zu dem rauf? Ne, wahrscheinlich doch. Ich komm zu dem rauf. Gut. Oh Gott, geht das hier durcheinander? Wo ist denn der jetzt hier mit dem Schild? Da oben. Da komm ich gar nicht hin. Ist ja doof. Ähm... Genau, macht ihr den mal fertig da. Ich mach mal den hier. Mach den da. Okay. Mach mal hier mal auf. Lässt sich nur von der anderen Seite öffnen. Na toll. Supi supi. Da ist auch noch einer. Da war noch einer. Ähm... Ja. Reine Güte. So. Aber wir kommen immer noch nicht hier rein. Aber wir können doch irgendwie sicher oben drüber laufen. Und von oben hier rein. Da war doch hier irgendwie... Hier. Genau, schauen wir mal. Ob wir hier von oben irgendwie reinkommen. Und immer noch in der Dunkelheit. Wenn man eh nix sieht hier. Hier. Hier kommen wir rein. Okay. Okay, wenn ich hier einen Banner habe, das heißt ja dann, dass ich irgendwie einen... ...Gegner habe. Einen Schwarzmarkthändler hier oben. Was hast du denn? Keine Eile. Lass dir Zeit. Äh, der hat... Da habe ich genug. Da habe ich auch genug. Ich danke dir für deinen Besuch. So, dann geht's wahrscheinlich hier zur Sache, nehme ich mal an. Wurde gegeben, ja. Geh mir aus dem Weg, sonst strecke ich dich nieder. Na, nimm mal das. Na, nimm mal das. Was wollte ich eigentlich hier? Lass euch also zum Großbritzen degradieren. Du denkst, dass du mich so aufhalten kannst? Jussi. Au. Oh. Oh, wo ist der denn? Hätte man geschickteren Kampfstiel hier reintun. Oh. Oh. Wieso muss ich hier eigentlich alles alleine machen? Ich habe hier zwei Kumpel dabei. Ah. Wieso arbeitest du mit den Fremden zusammen? Hm. Was weißt du schon? Auf deine Belehrung kann ich verzichten. Hast du nicht davon gehört? Das erste amerikanische Konsulat war in diesem Dorf. Und mit den Amerikanern kam die Cholera. Wir hätten niemals mit Fremden verkehren dürfen. Sie sind eine Gefahr für uns alle. Deshalb bin ich bereit zu kämpfen. Dem haben wir es uns ja verscherzt jetzt. War der schon mal mit uns befreundet? Ich glaube nicht. Hier irgendwie noch Zeugs. Sieht nicht so aus. Mit dem Anführer hat sich auch der Rest davon gemacht. Unser Plan hat funktioniert. Also gut. Zu meiner Leibwache. Kommodoro Perry hat diesen Samurai vor ein paar Jahren in Yokohama festgenommen. Man brachte ihn in die Vereinigten Staaten und hielt ihn dort fest. Wir waren sehr erleichtert, als ersichtlich wurde, dass er kooperiert. Oh Gott. Mich hat er jedoch nicht angegriffen. Von wem reden die denn? Der jetzt da die Schwester entführt hat, diese Samurai? Oder von der Schwester? Ich weiß es nicht. Äh... Woher soll ich das wissen? Ich habe ihn lediglich zu meinem Schutz angeheuert. Aber auf unserer Überfahrt... Aber die hat uns doch angegriffen, oder? Für mich zu arbeiten war seine Idee. Ich war nicht närrisch genug, um zu versuchen, ihn dazu zu zwingen. Aber dank ihm konnten wir dann den Handelsvertrag abschließen. Doch dann... Dann ist er einfach verschwunden. Nun, das ist im Grunde alles, was ich weiß. Noch Fragen? Ah, dieser mechanische Arm wurde in Amerika gefertigt. Er kann Kugeln und Stahlseile abfeuern. Eine wirklich famose Erfindung. Okay, wann ist der... Ja, der muss ja erst kürzlich gewesen sein, oder? Das war einen Tag nach der Vertragsunterzeichnung. Sie hat nicht einmal ihren Sold abgeholt. Da fällt mir ein, die Briten sollen offenbar auch an seinen Diensten interessiert gewesen sein. So, aber das reicht jetzt mit deiner Fragerei. Wenn du noch mehr wissen willst, dann besprechen wir das gerne ein anderes Mal. Fokusawa, ich geleite den Konsul an einen sicheren Ort. Sobald sich die Lage beruhigt hat, treten wir über die edle Residenz in Kontakt. Jetzt bin ich aber nicht viel weitergekommen, aber anscheinend... Ich denke, da haben wir eine gute Bekanntschaft gemacht. Ich freue mich darauf, mehr über die Vereinigten Staaten zu lernen. Eines Tages will ich dort mein Studium fortführen. Shouin Yoshida blieb sein Traum verwehrt, aber ich bin entschlossen, ihn mir zu erfüllen. Aber natürlich... Ein Jammer, was aus ihm geworden ist. Shouin Yoshida wird wegen des Verrats gegen den Shogun gesucht. Ich vermute jedoch, dass man ihn bereits gefasst hat. Gut, ich verabschiede mich. Wir sehen uns. Ja... Shouin Yoshida, den wollten wir doch auch irgendwie finden. Wir haben... Neue Freunde? Okay. Neue Freunde... Also, wie bekennst du dich? Hab ich mich nicht klar ausgedrückt? Für das Shogunat gibt es keinen Nutzen mehr. Deshalb fordere ich unser Volk auf, sich entschlossen und gemeinsam zu erheben. Denn es ist notwendig, diese Nation neu aufzubauen. Was kann das Volk schon ausrichten? Es muss hinter dem Shogunat stehen, sonst fallen wir den Fremden zum Opfer. Unser Land soll geschützt werden? Dann soll das Volk gefälligst gehorchen. Ist das das Japan, das ihr wollt? Ein Land der Furcht und Unterdrückung? Deine Unverfrorenheit und dein Ungehorsam sind unverzeihlich. Dafür wirst du mit deinem Leben bezahlen. Führ den ab! Lass mich raten, den... ...müssen wir doch jetzt sicher befreien irgendwie. Okay, wir haben jetzt... Diese Mission abgeschlossen. Matthew Perry haben wir irgendwie Gunst erworben. Und mit den anderen sind wir jetzt bekannt. So, und jemand braucht Unterstützung. Ähm... Jetzt gucke ich grad... Scheinbar suchen sowohl... ...Rioma als auch Katsua nach Meisterschirn. Finde ihn und suche nach Hinweisen, die zu deiner Zwillingsklinge führen könnten. Mhm. Also, wir müssen mit dem Rioma quatschen und... ...ähm... ...den Perry nochmal suchen. Das machen wir jetzt zuerst. Oh, ich hab meine Nebenbissin. Gehackte Leber. Höh? Gehackte Leber. Was das für ne Nebenmission. Aber wir können hier sowieso mal wieder... Ja, Tag. Können wir mit dir reden? Ne. Äh, mit dir kann man reden, aber du hast... ...aber eh nichts Neues mehr. Ich hoffe, der gibt uns nochmal... ...nochmal ein paar mehr... Ah, ich hab mich schon... ...wann mehr Aufträge hier? Da bist du ja. Ich war gerade dabei, Fukuzawa an alles einzuweihen. Du brauchst ein Gift, sowie das entsprechende Gegengift, hm? Kugelfisch... Clever! Vergessen wir das Verzehrverbot. Äh, ich weiß wirklich nicht, ob das so eine gute Idee ist. Wenn ich bei der Zubereitung auch nur den kleinsten Fehler mache, würde das deinen Tod bedeuten? Mag sein. Doch da ich mich gegen die Regierungsverbrecher auflehne, ist mein Leben ohnehin in Gefahr. Ich muss stets volles Risiko eingehen. Ah! Ich sollte dich wohl auf den neuesten Stand bringen. Also, der Plan lautet... Ich weiß nicht, wie der Plan lautet. Sie meinten, mir blühe die Enthauptung. Deshalb wollte ich ihnen zuvorkommen und mich umbringen, bevor sie dazukommen. Isuka fällt vor ihren Augen tot um. Und erwacht dann im rechten Augenblick wieder zum Leben. Funktioniert garantiert. Solange wir das Gift richtig dosieren. Wollen wir doch mal sehen, wie sie einem Toten drohen wollen. Haha! Das ist selbst für meine Verhältnisse genial! Oh, Gott. Das ist ja ein bescheuerter Plan, aber okay. Na schön. Mal sehen. Zunächst brauch... Es gibt hier in der Nähe einen Ort, an dem man Kugelfisch bestellen kann. Bring mir das Gift einfach, wenn du fertig bist. Was ist denn das für ein bescheuerter Plan? Aber ich weiß jetzt gerade nicht so... Es weicht jetzt hier ein bisschen von unserem Weg ab, irgendwie. Wo muss ich denn eigentlich hin? Ich renne natürlich wieder in die völlig falsche Richtung. Ich setze mir hier mal einen Marker. Das ist irgendwie... Mit dem Marker komme ich besser zurecht, als mit diesen Anzeigen hier. Aber man wird ja sowieso von einem Ort zum anderen gescheucht. Ich könnte eigentlich auch reiten. So, hier haben wir einen Koch. Irgendwie... Willkommen, willkommen! Ist du heute allein? Gib mir einen Kugelfisch, bitte. So wie mit Kugelfisch. Ähm... Wenn er mir serviert, dann ist er ja ungiftig, oder? Was? Du willst ihm doch nicht etwas selbst zubereiten? Ja, doch. Wir haben leider keinen mehr. Ein paar Samurai-Familien aus Choshu haben alle Kugelfischbestände auf dem Markt aufgekauft. Ähm, wo kriegt er sonst noch Kugelfisch? Am einfachsten wäre es wohl, die Leute, die sie gekauft haben, nach einem zu fragen. Doch das könnte knifflig werden. Die Leute aus Choshu lieben nämlich ihren Kugelfisch. Aber... Versuch es ruhig. Ich hörte, sie veranstalten eine Art Gelage im Junitenschrein, südlich von Kannai. Bestimmt tun sie sich dort im Verborgenen an dem ganzen Kugelfisch gütlich. Solltest du es schaffen, einen Kugelfisch aufzutreiben, bring ihn her. Ich zaubere etwas Köstliches daraus. Okay, gut, ich soll jetzt einen Kugelfisch klauen, oder was? Äh, freiwillig geben die den wahrscheinlich nicht her. So, wo ist denn das? Wo muss ich denn da hin? Da, ganz unten, okay. Okay. Wir klauen jetzt noch schnell einen Fisch in dieser Folge und dann, denke ich mal... Die genießen die Aussicht hier. Nice. Ach, dann komme ich jetzt hier so nicht runter. Gut, dann fliege ich mal. Suche nach Kugelfisch. Immer dem Gestank nach, wahrscheinlich. Ähm... Da laufen jetzt zwei rum. Vielleicht nehme ich mir den hier zuerst mal vor. Oh Gott. So war das eigentlich nicht gedacht. Also es ist halt kein Schleichspiel. So. Gibt's hier Kugelfisch? Nee. Nicht mal im Topf. Ähm... Hätte ich da irgendwie rein müssen? Oh, da komme ich da irgendwo rein. Nee, es sieht nichts aus. Oh, wo kommen die denn her? Ich hab doch noch gar nicht geklaut. Ich hab doch noch gar nicht geklaut. Äh... Ich suche immer noch nach Kugelfisch. So. Jetzt? Na, vielleicht komme ich doch durch die Tür rein. Manchmal kriegt man ja Türen auf, aber nicht immer. Scheint verschlossen zu sein. Ach. Da unten. Ich schaffe den Schlüssel. Ach so. Oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Ich habe den Schlüssel. Da stehen noch mehr Typen da unten. Gute, aber ich bin ja von oben da rein. Das war vielleicht keine schlechte Idee. Ups. Finger weg von unserer harter, tiefen Beute. Autsch. Kuhbelfischbehälter hatte der dabei. Okay. Geil. Oh. Keine Bewegung. Schieb. Nr. So, die auch erledigt. Zum Restaurant soll ich zurückkehren. Ähm, gut, das machen wir aber in der nächsten Folge und kochen da ein leckeres Kugelfischsüppchen und schauen mal, was wir dann sonst so machen. Gut, würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder reinguckt und schaut, ob da der tolle Plan da aufgeht, den sich unser Bastelmeister da ausgedacht hat. Genau. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder reinklickt. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.